guten ich habe jetzt mal vor ein bisschen was zu zähmen mal gucken ob ich das hinkriege ich habe das ist jetzt das ist jetzt die premiere in diesem let's play ich werde etwas themen und ich glaube ich fange einfach etwas kleinem an einfach nur um das zu üben richtig immer gleich immer gleich das vieh hier kleiner para wollen wir haben wir machen ein paar einfach nur zum üben was dann hast du denn dein letztes fichern ok erst weg ok ich hätte einen knopf drücken müssen dass der mir nachläuft ich weiß ich stelle mich immer so ein bisschen an wie ein auto besser war also immer die bergkette lang daran dass er nicht mein governor von der wochen richtig der cover von der wochen ich sage auch noch ja aber ich habe gerade gedacht ich schreibe um die governor ist normalerweise wollte ich mit der governor das arg let's play eigentlich anfangen das war eigentlich normalerweise war das der hat mich der governor das ist auch ein let's player und da macht auch seine gameplay videos und der hat mich damals angesprochen hey hast du bock mit arg zu let's play also wir waren schon vorher im kontakt weil ich habe ihm angesprochen dass er keine let's plays macht und blablabla und war mir sehr sympathisch und er hat mich dann angesprochen hey wenn dann arg survival evolved hat mir dann einen trailer geschickt ich kann der arg gar nicht vorher und da hat er mir einen trailer geschickt und ich war total fasziniert von dem spiel und haben gesagt wir wollen eigentlich das let's play zusammen starten bloß da gab es ja so viele anfangsschwierigkeiten bei arg dass er nicht konnte ich nicht konnte und irgendwann könnte ich dann aber er noch nicht ich habe keine ahnung aber jetzt hat aber jetzt hat oder so ich wirklich kein plan er wollte auf jeden fall zacken und ja wie gesagt aber halt er wird mal die fresse lass mich zu ändern und ja ich weiß nicht vielleicht hat er sogar bock ich könnte gerne mal auf den youtube kanal kommen kann wenn er heißt halt nur das war ich weiß gar nicht überhaupt abonniert habe ich glaube ja normalerweise bin ich leute wissen ich muss müsste machen wenn ich einfach mal der gouverneur eingeben und macht eigentlich ganz lustige let's plays macht auch so survival games und ja mal einfach mal reingucken und er ist eigentlich wie gesagt ganz sympathisch und ganz lustig und vielleicht würde es war hier und rein passen in das lp da eben da können wir machen was du nebenbei wie kannst du da drauf überhaupt weil er gerade er hat gerade ein game angefangen zu zocken er steht gerade gar so zockt irgendwas da bin ich darauf angeschrieben aber hat noch nicht reagiert glaube ich oder und schreien an hast du deine handynummer ach kingdom ist auf einmal nur schreibt spieler gerade ok wo bist du jetzt hin ich fliege hier den berg ab hast du den berg hätte oder bist du gerade bei dem großen die kräfte schon fertig ok ich komme zur bergspitze oben ja boah kippen morgen alter es gibt nichts blöckeres aber wo ich sagen muss die cola verfälscht den geschmack ein bisschen das kräfte nicht einzufühlen das fand ich echt mühselig ich ja das ist halt die server einstellung wenn wir mit quetzel am kino mit schnappen könnten da wird gleich mehr rausholen ja klar das lustige sequenzel ist auch fast voll ich muss jetzt auch so langsam mal was zum essen finden ja ich werde dann erstmal gucken wie viel ongelock gefahren hat vielleicht reicht es wenigstens für die außenwände wenn nicht schlecht die anderen teile sind ja nicht mehr so teuer naja das reinsteuer kürze da sind überall nur wölfe fliegst du mit nach hause ja irgendwie ich freue mich schon echt auf den dritten märz man das wird so cool warum dieses jahr ist es echt super ja wie auf black desert kommt am kürzen märz raus dann total warhammer kommt ja raus im april war das glaube ich ja ok glaube ich ja und am 25 kommt ja das projekt wo man mit ongelen machen will was für uns denn das ist auf seinem kanal kann man den trainer angucken das ist so ein bisschen zwischen mmo-mischung minecraft mischung ja das ist wie eine mischung zwischen allem das ist halt welt wo sie aufgespillt hat wir sind halt brutaljäger und wie hältst es denn müsste ich dann gleich mal gucken mal das liegt ja interessant eigentlich obwohl es ist auch gar so ein survival gehörens äh ne 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 es ist schon richtig äh es hat eine story es hat eine story ja ok das ist schon mal vorteil aber wir dürfen halt so schnell machen dass der quetzel abgehängt wird ja ich hab schon mehrmals geschafft heute einfach abtreiben das ding so ich bin wieder da das ist ja gewusst äh wie heißt das ja wir waren ja lieber wir waren um nächste woche kommt der pool siehst du richtig und da gehen wir zusammen ins kino und wenn du nicht da bist du haue ich dir auf die fresse ja das machen wir zusammen wie gesagt guckt ihr meinen youtube kanal und dann könnt ihr euch den trainer angucken das direkt von 505 games bereitgestellt wurden und ich drauf den veröffentlichen ja das ist auch schon aufgenommen also schon alles im kasten was ihr braucht ja ich hab sie irgendwann vergessen mit aufgenommen der zu starten und meine leute wahrscheinlich auch was ist alles vor Ja, also die nächsten 2-3 Monate werden richtig geil. Oh, Return zu Ich überleg grad, was machen wir dir. Ja, armsrock. Gegen Zombies kämpfen kriegst du auch sonst nicht raus weil wir als jetzt schon fans ist bei arck eigentlich auch eine zombie-mod? das ist echt witzig ich muss ja ganz kurz oh was ist das krebs geht dein herzer fackt hier so the walking ark wie viele pfeile narkopfeile brauche ich eigentlich um so ein flugvieh vom himmel ich bin schon etwas länger hier da kannst du aber was sagen junge ich stehe vor uns vor dir und du sagst ja einfach so ein freundliches hey ja ich hab gesagt hi aber ihr wart so am schnattern und am quatschen bezüglich dem ähm jetzt soll ich auch schon ein treibhaus sagen ähm wegen dem glas raus und da habt ihr das wohl nicht mitbekommen na was bist du denn schon da das thema hat man vor 10 minuten kannst du mal sehen ne nee da warst du ja nicht da im leben mit ich erkenne ja eine stimme aus 30 verschiedenen leuten also glück sind bekannt 30 weiße und da rechts ich bin voll geflogen mal was trinke ich denn jetzt na absinnt warst du wie ich? hol dir morgen was willst du jetzt mit absinnt? bisschen narrisch? absinnt ist das beste absinnt schmeckt einfach oh warte gib mir bitte ein glas ich will auch absinnt hmmm schnell komm rum komm rum oh absinnt sauf ich jetzt auch mit hast du was daheim oder was? ist das originale oder nur so ein gewächter der original ist ja aus wo kann ich mal her in luxemburg lichtenstein irgendwie sowas keine ahnung auf jeden fall die flasche hat irgendwas bei 60 schon gekostet also nicht so ein billiger fuß das geile das geile ist an absinnt ist dass du davon nicht besoffen wirst so ein hai ja genau das ist wie strobo naja was also auch durch ich wäre starne bei sowas dann hast du keinen richtigen absinnt doch weil absinnt raus ist definitiv kein besaufen das kannst du nicht mit besoffen sein vergleichen da bist du füßig da bist du da bist du ihr stoned ich würde sagen stoned bist du da eher ich sag mal so ich war einfach von absinnt besoffen und du da siehst du sachen und glaub mir ich kenn die unterschiede zwischen stoned und hm glaub mir ich kenn die unterschiede zwischen Captain Morgan Wodka und absinnt besoffen sein da liegen welten ich muss sagen von strom ist immer noch angenehm dann wirst du besoffen legst du in der ecke und siehst alles bunt ach toll jetzt ich hab so'n verfickten hallo ja hallo ja du hast einfach färb ja und mich bledet hier die sonne ich hab so'n verfickten verfickten äh flugdino ich hoffe der Stream ist ab 16 eingetragen weil färb sagt man nicht boah ach doch du ich hab ich steh'n nettes scheißvieh oder? ey hau'n leufe ins Gesicht steig ab ach man ich find kein Drachen ey hau'n net ich bin schon dreimal durch die ganze Zeit geflogen oah ich flieh'n nettes die ist nix ich kann auch die Welt ja ich auch gleich dieses Drecksvieh echt oah ich kann net packen weil ich seit 10 minuten für hunger ja und der Vogel auch hehehehe hehehehe Prozent ich glaube ich trifft den immer noch nicht оло nee wenn wir den aus der Wüste ausgelockt kriegen ich weiß wo einer ist und der ist nicht in der wüste ist ja kein problem da wird einem nicht heiß nix ich bräuchte onkel tot und gleich weil ich endlich diesen scheiß vogel von mir geholt habe beim bären sammeln getötet du bist ein goldstück aber so einfach ich hab grad wo gerade sagen ich brauche jemanden damit vielleicht mal fleisch bringt oder so aber ja so ist das gut dass treibhaus so viel arbeit so mit was zähmt man am besten einen dreig dafür eindeutig zu so okay was in triceratops und mensch bären ich versuche mich jetzt ich versuche mich jetzt an zwei dino's ja es war einem stück und einem schreck ja 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 was? also ah ich hab dir die Wurder dran maun mal an ja hhhh genau vielleicht trug wir auch grad hhhhhh kennst du was? hhhh Gute Antwort, Möller. Danke. Ah, geil. Scheiße. Warte mal, was hattet ihr gesagt für Bern? Oh, ich hab's wieder vergessen. Mojo. Vejo. Pink. Wenn das für dich pink ist, dann solltest du mal zum Arzt gehen. Keine Ahnung, ich hab gerade keine vor Augen. Entweder war die pink oder... Violett, oder irgendwas war da. Ja, das ist rila violett. Ja, violett eher nicht, eher lila. Was ist da lila violett? Wenn du das nicht gerade vor Augen hast, ist es schwierig. Was hat man im Kopf? Sorry. Tut mir leid. Was hat man im Kopf? Wieso soll ich Mecho Band im Kopf haben? Sie sind ja nicht mehr existenziell begleucht. Ja. Hast du gelesen, was im Chat geschrieben wurde? Ist im YouTube Germany der Chat. Hä? Nimm den Wolf hoch und mach den Wolf so kaputt. Ja, mit Recht. Mit Recht. Ja, also im Al-Bamachi. Das ist so ein bisschen, ein bisschen spät, oder? Also der Wolf ist ja schon seit Monaten weg. Seit Monaten? Was? Wie kriegen wir denn schon? Drei Jahre. Was? Das heißt, wir alle sind gerade arbeitslos geworden. Na gut, außer du, Ongel. Scheiße. Das kann ich sehr, 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 sehr zu machen. Ich hab eh nicht, von daher. Gott, ich will gar nicht wissen, wie groß die Aufnahme der Teilnahme her ist. Ich glaube, er wird erst mal schlecht. Ja, ich nehm zu Glück mit OBS auf, was ja schon MP4 ausspuckt. Von daher ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, meint spuckt auch MP4 auf, aber wie ihr schon gesagt habt, sie nehmen ja in 2K auf mit 60 Frames. Also ARC geht in 50. Und das halt schon seit 2 Stunden 12 Minuten. Oh, oh, oh. Krass, oh, oh. Und ne 20 Minuten Aufnahme hat mittlerweile halt 5 Gigabyte. Oh, oh, oh. Das wird übel. Das wird übel, Junge. Ah, fuck. Ah, fuck. Du bist, Bär, hab ich hier rausgeschmissen. Von Anfang an. Jetzt more that feeling. Ich weiß nicht, wie soll ich die Bären jetzt wiederfinden. Nimm die Nase und häng sie rein. Komm, zeig's mir an. Ja, ich zeig's dir an. Alter, ich bin verzweifelt. Ich suche einen fucking Drachen oder einen Giganoht oder irgendwas, was mich einfach tötet. Ah, nee, äh, apropos, äh, töten. Weiß noch was ich sagen wollte. Ich weiß, wo noch ein Giganohto ist. Sag an. Der ist nicht in der Wüste. Ei, Müller, überleg doch mal. Warum hat er denn die Kretzel getamed? Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wo die Stelle vom Kretzel ist. Die meine ich doch die ganze Zeit meine ich die. Ach so, war die nicht 50, 70 irgendwie oder sowas? Hä, 50, 70. Ich hab doch scheiß Narko-Bären weggeschmissen. Da. Nee, das war so irgendwie so geriffelt. Das war eine scheiß Narko-Bäre. Ach nee, 76, okay. Onkel, was für Smithy hast du die Kristalle heilgeschmissen? Äh, in die Smithy im Hals heil, ne? Nee, ich glaub, das war auf der 30, äh, 45 ungefähr da oben bei diesen Griffen. Glaub ich zumindest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.